Herzlich Willkommen zurück zu der zweiten Folge von Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind DLC Und ich fange wieder hier an in diesen kleinen Häuschen, wie ihr seht Das hier hat meinen letzten Part uns eigentlich schon angehört, aber ihr könnt ja normal hören Ja, ich hoffe mal, dass der Ton auch laut genug ist, weil ich habe jetzt kaum was verstanden, ehrlich gesagt Aber mal schauen Ach, mein blöder Hund, ey Kläft schon wieder Ich hoffe mal, der kläft nicht in den Zwischensequenzen, dann werde ich sauer Dann müde ich mich einfach mal in den Zwischensequenzen Oh, gibt's hier vielleicht noch was? Ne, sieht nicht so aus, ich mein, wir haben ja nicht mal irgendeine Waffe oder so Jetzt lauf, komm Wie heißt sie nochmal? Ich hab schon wieder den Namen vergessen Okay Oh, jetzt muss ich auch noch halten, ja Wow, was ne Idee Darauf bist du nicht schon früher gekommen Ähm Also ich guck mal nach dem Part nach, ob das zu laut oder zu leise ist Ich glaub, er hat zu leise Entweder normal oder zu leise Und wenn es zu leise ist, dann mach ich es natürlich ein bisschen lauter, ist ja klar Oh, guck mal einer an Oh, hier ist Riley Müsste die Größere sie nicht eigentlich hochheben? Also müsste Riley nicht eigentlich Ellie hochheben? Hm, egal Das Licht ist auf dich gerichtet, Riley Ah, geht doch Stimmt Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich hab die perfekte Maske für dich Riley Perfekt What The Fuck Okay Ein großes Shop Anscheinend Halloween Sieh's dir an Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf Oh, Dreieck Oh, okay Okay Und Was ist, wenn ich jetzt nicht geteilt hätte? Ist das wieder so eine Entscheidungssache? Ah, ich bin gespannt Ja, das ist voller Masken, ja Oh Ein Gespräch Augen So was kauft jemand? Ist mir zu hoch Okay, das sind wahrscheinlich diese Gummi Wow Das war blöd Oh Mann Wo ist denn jetzt eigentlich die andere Maske? Die andere Maske ist gar nicht mehr hier Diese Masken sind sogar noch cooler Die da? Ich steh voll auf Vampire Ich bin Graf Dracula Okay Geht's dir gut? Eigentlich heißt es Gräfin Ich bin Gräfin Dracula Okay Die amüsieren sich ein bisschen zu sehr Für meinen Geschmack Oder war da diese Zombie Diese Apokalypse Doch diese Apokalypse Müsste eigentlich schon sein Sonst wäre ja nicht alles leer Oh Gott Ach du Scheiße Warum ist die Tür jetzt eigentlich wieder zu? Können wir noch irgendwas holen? Ah, hier ist noch einer Jawohl Lol Die roten Schuhe Was hast du mit ihnen gemacht? Oh weh Toto Was sollen wir nur tun? Oh Mann Dieses Gesicht, ey Sieht einfach so So bescheuert aus Okay Echt jetzt mit diesen Masken? Wirklich? Oh Mann Ey Das kennt Ist das nicht dieses Siehst du die Autos da unten? Ja Das rote ist deins Meinst das blaue Wir werfen Ziegelsteine Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht Gewinnt Im Ernst? Ich bin Steinwurf Champion Okay Der Verlierer muss Eine Frage beantworten Ohne Sarkasmus Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst Ich bin dabei Ja Bäm Okay Okay Alles klar Aha Tja So wird das gemacht So sieht's aus Und ich glaube Das ist der Raum Nummer 2 Ach scheiße Ähm Wo Wo das Flugzeug durchgeflogen Äh der Hubschrauber durchgeflogen ist Okay Wir beeilen uns mal So Das ist cool So eine Art Minispiel Ich mach das Verdammt Ah das ist zu weit Oh Gott Los konzentriere dich Nur noch eine Verdammt Ey den wollte ich haben Nein bitte nicht Ich bin so schlecht Oh oh Da ist noch einer Da ist noch einer Nein 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 Ja Moment lang dachte ich Du hättest gewonnen Okay Naja Deal ist Deal Oder? Los Sag einfach was du fragen willst Okay Wie schaffen wir es noch mal zum Anfang zu springen Raumschiff Kein Sarkasmus Wie eins dieser intergalaktischen Riesenraumschiffe mit zwei Warp Antrieben Ich weiß nicht Mach einfach so weiter Wie bisher Das klappt schon Okay Ich weiß gar nicht was sie meinen damit Ehrlich gesagt Oh dunkel Ich hätte gern gewonnen Fuck Ich hab das zu spät gecheckt Dass man da auch so werfen kann Also Mit ein bisschen zielen Ziemlich gruselig Also Wir dachten ja Dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen Stimmt's? Ja Komm mal mit So Bin ich ja mal gespannt Also es stimmt Die ganze Stadt hat Strom Die haben bloß die Sicherung umgelegt Du musst sie nur wieder einschalten Das funktioniert niemals Was hab ich gesagt? Heißt das das ganze ist hinterher Licht? Finden wir es raus Okay Das ist cool Auch gut für uns Oh dieses flackernde Licht Ey das würde mir ganz schön Angst machen Das musst du sehen Warte Ich weiß was du vorhast Und Ich bin echt froh Dass du nicht tot bist Ich meine Ich bin froh dass wir wieder zusammen sind Und Habs nicht so gemeint All das Zeug das ich gesagt hab Bevor ich wegging War nicht so gemeint Du bist so sentimental Du Kuh Du hast angefangen Oh Mann Bist du bereit? Total Ist das dein Ernst? Wie zum Teufel komme ich da auf? Der Gesundheit ist niedrig Okay Ja heilen Das kennen wir ja noch Boah wie langsam die sich heilt Ach du scheiße Das war ja nicht mal Joel beim ersten Mal Ich nehme mal so ein Ziegel Oh ich bin voll Tatsache Gut aber ich werde jetzt erstmal ganz kurz einen Cut machen Und für euch geht es sofort weiter Also bis sofort So weiter geht's Wir müssen jetzt zum Helikopter Ach hey Könnten ja Hier könnten ja auch Infizierte sein Stimmt ja Stimmt ja Und Gegenstände könnten hier ebenfalls sein Also ein bisschen umschauen Sollte man sie schon Oh Da geht's rein Hm Hier sind überall Ziegelsteine Warum? Warum sind hier Ziegelsteine? Das muss doch einen Sinn haben Okay Da war gerade ein Warum ist da Pistolmunition? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst Oh Gott Scheiß Katze Oh Mann Ich dachte schon Vielleicht ist es ja eine infizierte Katze Oh mein Gott Ist ja kalt Wow Ich dachte jetzt würde irgendwas Schlimmes passieren Komm schon Okay Gut Und da sie ja nicht schwimmen kann Verdammt Soll ich hier verrecken? Nein Nein du verreckst nicht Das ist das Gute Wir wissen ja Dass sie nicht stirbt Da das ja Eine Rückblende ist Ach du Scheiß Wenn hier keine sind Hier sind doch bestimmt irgendwo ein paar infizierte oder? Ich meine wir haben Munition bekommen Okay die Musik war gerade ein bisschen unheimlich Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht Vielleicht war die Amputation zu spät Vielleicht verwandelt er sich wenn ich ihn nicht beobachte Und das Infektionsprotokoll Wir haben bei Officer Clawfield getan Was notwendig war Wir Okay Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet Alice hielt ihn am Boden Und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf Äh Regan Bitte Ich habe immer Ich habe immer noch Zeit Tu das nicht Alice Was haben wir getan? Was wäre wenn ich einfach verschwinde? Was wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid Alice Regan Oder Regen Oh Ach ja das war das Nichts? Das sieht aus wie ein Benzintank Ohne Benzin Okay Sind jetzt vielleicht Gegner hier? Nö Habe ich eine Taschenlampe? Ach ich habe ja eine Taschenlampe Okay Dadurch komme ich auch nicht Das geht nur mit Strom Ist das hier vielleicht alles Ölnähne? Oh nein Stalker Obwohl das ist ein Stalker Sind Stalker besser als Klicker und Runner? Ne ne Ich habe keine Ahnung mehr davon So wir wollen uns auf jeden Fall ein bisschen Achso das ist ja alles Heilung Stimmt ja Wo muss ich denn lang? Oh Mann Shit 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 komm, komm, komm. Komm schon, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein, komm, komm, komm. Oh shit ey. Oh Gott. Wo kommt der denn her? Nein. Renne, renne, renne. Scheiße. Oh, shit. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier ganz, 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 ganz dringend weg. Oh, scheiße, ey. Was jetzt? Was zur Hölle soll ich jetzt... Der weiß doch niemals, wo ich bin, oder? Na gut, komm her. Ich kill dich, wenn's sein muss. Okay, ich bin tot. Scheiße. Oh, Mann. Wo kamen denn auf einmal die anderen jetzt her? Das ist wieder so typisch, ey, wirklich. So. Die sind noch nicht da, alles klar. Was ist denn das da oben? Okay. Gut, jetzt sind wir wieder an der... ...Stelle. Die Stalker sind natürlich scheiße. Das ist ein Ziegel. Puh, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich hin muss. Aber ich muss da echt sneaky durch. Warte mal, kann ich mir vielleicht einen Verbandskasten herstellen? Nein, dazu fehlt mir... Dazu fehlen mir mehr Alkohol und mehr Lumpen. Okay, wie komm ich da am besten runter, ohne dass sie mich hören? Das ist jetzt schwer. Warte mal. Kann ich hier irgendwas tun? Irgendwie ja nicht, ne? Haben die das gehört? Ne, scheint nicht so. Oh, nein. Wo geht der jetzt bitte hin? Es ist gerade extrem spannend für mich. Schnell weg. Schnell. Oh Gott. Aua. Nein. Na gut, jetzt reicht's mir. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja der Nächste. Oh. Tschüssi. Das ist ja der Nächste. Wie? Nein, komm schon, stirb. Stirb, bitte. Bitte stirb. Oh Gott. Nein, komm. Komm schon. Oh Mann. Oh Mann. Und jetzt finde ich natürlich... Jetzt finde ich natürlich Pistolenmunition. Was, wo ist Benzin? Ach so, hier ist Benzin. Ja, ne, ist klar. Echt jetzt? Oh Mann, ey. Wir haben noch ganz knapp überlebt. Ich weiß, ich habe mich gerade angestellt wie der letzte Mensch. Aber es tut mir wirklich leid. Anders, ich kann es nicht anders. Ich bin halt nicht so gut da drin. Boah, ist das eklig. Ja, ich weiß, es war gerade eine Spätreaktion. Puh. Ich bräuchte mal ein paar Medikamente. Denn das, was ich hier... Wie komme ich denn da nach oben eigentlich? Da oben sind nämlich Sachen. Da möchte ich doch schon ganz gerne hinkommen. Irgendwie. Naja. Okay, starten wir mal den Motor. Dann machen wir es ja erstmal da rein. Okay. Okay, dann nochmal. Und... Bäm. Ja, und bevor es dann spannend weitergeht, würde ich jetzt mal sagen, mache ich jetzt hier einen Cut. Ich weiß, es ist ganz schön assi. Und ich bin selber schon gespannt, wie es weitergeht. Also, bis zur nächsten Folge von Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind DLC. Haut rein, Leute. Und... Und... Untertitelung des ZDF, 2020